So, dann schauen wir mal, wie lange meine Stimme heute durchhält. Ich wünsche euch einen schönen Tag und heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Meisterler Podcasts, Folge 39, mit einem kleinen weiteren Jackie Chan Leckerbissen. Das heutige Thema, ein mutiges Release. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere, worum sich schon handelt. Und zwar hat Cargo Movies zusammen mit, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, TG Vision, den Film The Valiant Ones von King Hu von 1975 neu aufgelegt und als die Mutigen in der deutschen schönen Fassung herausgebracht. Und das Paket kam heute an. Eigentlich hätte es schon am Samstag da sein sollen. Tja, lieber Amazon-Lieferdienst, da hattet ihr wohl keinen Bock an dem schönen Wochenende. Kann ich aber verstehen, dafür ist es heute gekommen. Und ich würde sagen, ich packe jetzt einfach mal aus. Also die Blu-Ray und mache ein kleines Unboxing. Das Problem ist, ihr werdet nichts davon sehen, denn es wird ein Off-Camera Unboxing werden. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was mich hier so erwartet und ein bisschen was drüber berichten. Während ich hier also mal den Zipper ansippe, also von der Blu-Ray, und mir die Blu-Ray vornehme, erzähle ich mal so ein bisschen, wie es zustande gekommen ist, dass hier überhaupt Jackie Chan auf dem Titelcover zu sehen ist, beziehungsweise mit einem Namen versehen ist. Denn als Nebendarsteller, Hauptdarsteller oder sonst was, ist Jackie Chan im Film gar nicht zu sehen. Und bis heute werde ich von internationalen Fans immer mal wieder gefragt, wie kann es denn sein, dass Jackie hier mitgewirkt hat, wenn er gar nicht zu sehen ist? Tja, das ist eine sehr interessante Frage, ist auch eine berechtigte Frage. Und da will ich mal kurz auf eine Geschichte eingehen, die habe ich auch schon in meinem zweiten Filmführer veröffentlicht, 2018. Ich zitiere mich hier jetzt einfach mal selber, und zwar auf Seite 38. Zu dem passenden Filmeintrag The Valiant Ones habe ich relativ am Ende geschrieben, es ist sogar der letzte Satz, dass das Gerücht von Chaplin Chang, einem damaligen Manager von King Hu, in die Welt gesetzt wurde, beziehungsweise bestätigt wurde, dass Jackie Chan für beinahe 30 Tage am Film The Valiant Ones mitgearbeitet hat. So, ich verweise hier auf die ursprüngliche Quelle, und die ursprüngliche Quelle ist ein Interview, das im Jahr 2010 in der Übersetzung des englischsprachigen Buchs Bruce Lee Gespräche Leben und Erbe einer Legende vom Autor Fierce Rafik veröffentlicht wurde. Also der gute Mann hat das Interview mit Chaplin Chang persönlich geführt und hatte das in seiner englischen Originalausgabe. Ich glaube, die kam 2008 raus. Da will ich mich jetzt nicht festlegen, da müsste ich selber nachgucken. Ich schaue gerade mal, ob das hier verzeichnet ist. Nee, ich glaube, so um die 2006, 7, 8 kam das Originalbuch auf Englisch raus von Fierce Rafik. Und ein paar Jahre später hat mich ein Verlag um die Übersetzung des englischsprachigen Buchs gebeten und das habe ich gerne angenommen. Und in dieser Übersetzung steht auf Seite 213, 214 folgendes. Die Frage von Fierce Rafik an Chaplin Chang lautete Erinnerst du dich daran, wie Jackie Chan als Stuntman am Set war? Und Chaplin Chang hat geantwortet Damals kannte ihn niemand. Er war ein Niemand. Und er erzählt Fierce Rafik eine Geschichte. Er sagte, er war bei King Hu Productions einer der Manager und kannte King Hu persönlich über viele Jahre hinweg. Und er hatte zu jener Zeit, also King Hu, Anfang der 70er Jahre, wir reden hier von 72, 73, mehrere Filme gleichzeitig in der Produktion. Er sagt sogar hier, wir treten zwei Filme gleichzeitig und nutzten viele Stuntman dafür. Jackie Chan, den damals niemand kannte, kam zu King Hu, zum Regisseur und sagte, er bräuchte Geld und ob wir ihm mehr Jobs vermitteln könnten. Allein diese Aussage ist schon sehr glaubhaft, denn wir reden, wie gesagt, von 72, 73. Damals war Jackie einer der Top-Stuntmen und ist von einem Projekt zum anderen gewechselt, um Kohle zu machen und um sich in der Filmbranche einen Namen zu machen. Also das kann definitiv der Fall sein. Und Chaplin Chang sagt weiter, King Hu sagte ihm, wenn du einen Job als Stuntman willst, müssen wir dein Gesicht aus den Szenen löschen, beziehungsweise du darfst dein Gesicht nicht zeigen. Denn du bist im Film zuvor schon gestorben. King Hu war einer der wenigen seriösen Filmemacher zu jener Zeit, die tatsächlich viel Wert auf Continuity gelegt haben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Stuntman, dessen Gesicht man am Anfang von Filmen schon deutlich gesehen hat, im Film stirbt und in der Szene später nochmal auftaucht, Tja, das ist zwar dem Autonormalverbraucher vielleicht egal, aber King Hu hat da sehr großen Wert drauf gelegt und so hat er ihm dann mehr Jobs verschafft, aber Stuntarbeiten, bei denen man ihn nicht erkennen konnte. Und das sagt Chaplin Chang hier in diesem Interview aus und er schließt halt seine Argumentation damit, dass Jackie Chan für beinahe 30 Tage an The Valiant Ones mitgearbeitet habe. So, 30 Tage für Action-Szenen war zur damaligen Zeit auch schon recht lange. Allerdings wissen wir von King Hu selbst überliefert, dass er sich sehr, sehr viel Zeit ließ für seine Kung-Fu-Filme beziehungsweise Wu-Jah-Filme. Und dass er vor allem im Schnitt sich mitunter noch mehr Zeit ließ. Deswegen kam der Film, der angeblich, ich glaube, easternkicks.com hat da mal einen Bericht drüber geschrieben, ich müsste ihn jetzt noch mal rauskramen, dass der Film schon 1972 in der Mache war. Genau. Und 1975 erst ins Kino kam. Auch das ergibt Sinn. Aber wie gesagt, es gibt bis heute keinen optischen Beleg, dass Jackie in diesem Film zu sehen ist. Vielleicht bis heute. Denn Cargo-Movies und TGVision haben den Film jetzt in der deutschen Fassung auf Blu-ray veröffentlicht. In einem tollen Bild, wie ich hoffe. Aber davon gehe ich mal aus. Ich schaue mir gerade mal die Edition an. Ist eine normale Standard-Blu-ray-Verpackung. Fragt mich nicht nach der genauen Größe. Da habe ich keine Ahnung von. Aber es passt in jedes Regal. Wir haben ein tolles Cover mit Sammo Hung in fliegender Pose. Links daneben stehen die Namen Sammo Hung, Simon Yuen, Maas, Yunbyo, Curry Yuen, Billy Chan und Jackie Chan. Und da muss ich sagen, habe ich schon in ein paar Foren gelesen, dass sich da einige darüber beschwert haben, dass Cargo-Movies es tatsächlich nicht lassen konnte, Jackie Chan zu erwähnen. Absolutes Sellout. Meiner Meinung nach ist es kein Sellout. Ich freue mich über den Namen, denn genau wegen dieser Geschichte rund um Chaplin Chang und King Hu macht es das Ganze ein bisschen interessant. Ich kann aber auch deren Sicht verstehen. Es ist und bleibt aber kein Jackie Chan-Film. Darüber sind wir uns alle einig. Und ich denke, vor allem Cargo-Movies hat das auch genau so beabsichtigt. Deswegen prangt hier Sammo Hung ganz oben drauf und die Mutigen unten drunter. Das Ganze ist relativ schlicht gehalten. Schönes gelbes Design. Erinnert an Retro-Zeiten von damals. Und die Rückseite sieht sehr geordnet aus. Ich schaue jetzt gerade mal, was es als Extras gibt. Trailer, Bildergalerie, TV-Intro und ein vierseitiges Booklet. Das ist sehr toll. Da freue ich mich gleich drauf. Laufzeit 107 Minuten, Sprachen Deutsch in Dolby Digital 5.1, Mandarin Dolby Digital 5.1, Untertitel Deutsch und Englisch. Bildformat 2, 3, 5 zu 1. Ich sehe gerade, das ist sogar eine limitierte Edition. Stimmt, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Und ich habe die Nummer 3, 4, 5. Sehr cool. Ich lese jetzt mal gerade noch ein paar Texte vor. Eigentlich sind es nur zwei. Der erste obere Text lautet wie folgt. Das große Meisterwerk des unvergessenen King Hu, in Klammern Regen in den Bergen, der letzte Kampf des Lee Kahn. Ah, übrigens, wurde angeblich dieser Film, also die Mutigen, gleichzeitig mit der letzte Kampf des Lee Kahn gedreht. Deswegen habe ich auch mal in dem Film der letzte Kampf des Lee Kahn nachgesehen, ob Jackie da vielleicht als Stuntman zu sehen war. Gehe ich vielleicht ein anderes Mal drauf ein, Stand jetzt Nö. Ich lese einfach mal weiter. Das große Meisterwerk des unvergessenen King Hu mit Sammo Hung, in Klammern der kleine Dicke mit dem Superschlag, Simon, Drunken Master Yun, in Klammern, sie nannten ihn Knochenbrecher, Maas, in Klammern Tokyo Power Man, Yunbyo, in Klammern Power Man 2, Corey Yun in Klammern Tiger Cage, Billy Chan in Klammern Todesgrüße aus Shanghai und als Stuntman Superstar Jackie Chan, bekannt aus Rumble in the Bronx. Worum geht's in dem Film eigentlich? Cargo Movies schreibt's wie folgt, Kaiserreich China zur Zeit der Ming-Dynastie. Sogenannte Wokou, japanische Piraten und Seeräuberbanden machen Chinas Küstenregionen unsicher. Wo die Banden auftauchen, tragen sie Tod und Zerstörung ins Land. Grausame Raubzüge lassen die Bewohner vor Angst erstarren. Begleitet werden die Räuber von einem abtrünnigen Shaolin-Mönch. Der Kaiser schickt seinen ergebensten General mit einer Schar todesmutiger und hervorragender Kämpfer, um gegen die Mörderbande in den Kampf zu ziehen. Es kommt zum erbitterten Duell zwischen dem Anführer der Helden Wu Ji-Yun und dem japanischen Heerführer der Piraten. An dieser Stelle eine kleine Entschuldigung für die falsche Aussprache. So, jetzt gucke ich mal, dass ich das Zellufan hier abbekomme. So, und wir piddeln das Zeug hier mal ab. Vorsichtig natürlich. Weg mit dir, du Sau. So, und dann schauen wir uns mal das Innenleben an. Und es strahlt uns eine bunte Disc entgegen. Es ist ein Wendecover vorhanden. Das ist toll für die, die kein FSK-Sticker drauf haben wollen. Und jetzt schauen wir uns mal das vierseitige Booklet an. Wir sehen die Vorderseite mit ein paar Bildern bestückt aus dem Film. Die Rückseite zeigt, das dürften Lobbykarten aus Spanien sein vielleicht oder Frankreich. Und dann plättern wir einfach mal auf und haben eine Doppelseite mit einem übersichtlichen Text. geschrieben von Text, Filmjournalist Martin Henschel, Autor der Bücher, Lass Jucken, die Kumpelfilme der 1970er und Zitroneneis, Sex und Rock'n'Roll, die deutsch-israelische Filmreihe Eis am Stiel. Mehr Infos auf www.martinhenschel.de Ich lese den Text jetzt natürlich nicht vor. Erstens aus Urheberschutzgründen und zweitens, ihr sollt ja auch noch ein kleines bisschen Überraschung haben, wenn ihr die Disc zu Hause habt. Hier gibt es aber auch noch einen Abdruck einer alten Zeitungsanzeige. Die dürfte aus Holland sein. Noch ein kleines Foto. Sehr übersichtlich. Ich werde mir jetzt mal den Text durchlesen. Ich werde die Disc mal einlegen, mir die Extras anschauen. und heute Abend in aller Ruhe die deutsche Version von King Who's Die Mutigen, auf Englisch The Valiant Ones, reinziehen. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine separate Folge, wo ich ein bisschen mehr über den Film berichten werde. Tja, das war mein Off-Camera-Unboxing. Ihr hattet optisch absolut gar nichts davon. Vielleicht aber ein paar inhaltliche Eindrücke, warum Jackie Chan hier überhaupt auf dem Cover steht. Und ja, es sei noch mal daran erinnert, es ist eine limitierte Edition. Ich fände es tatsächlich cool, wenn das Ganze in einem Schuba gekommen wäre. Aber ja, jetzt spricht halt noch mal der Filmsammler aus, mir hätte, hätte, Fahrradkette. Ich bin froh, dass es die Version überhaupt gibt und habe hier auch nichts zu mäkeln. Ich kann natürlich nichts über den Inhalt sagen, über die Qualität oder so. Ich mache jetzt einfach nur mal ein kleines Unboxing. Aber seid gewiss, wenn es nicht in Ordnung ist, dann werde ich da einen kleinen Nachtrag machen. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass alles in Ordnung ist. Ich wünsche viel Spaß bei King Who's Die Mutigen. Bis zum nächsten Leckerbissen. Euer Thorsten. Tschau.